Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch liebe Gäste, ich vermute, hier sind einige, die dazu gekommen sind. Ich bin zum ersten Mal hier bei euch und ich wollte mich auch ganz kurz vorstellen. Meinen Namen habt ihr ja schon gehört, Vitalik Lieber, heiße ich, und ich bin 48 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei ebenfalls verheiratete Kinder, wohne in Gummersbach und seit 2014 unterrichte ich am Institut für biblische Seelsorge Coram Deo, wahrscheinlich ist hier so in etwa bekannt. Genau, mein lieber Bruder Andreas Ackermann hat mich heute gebeten, hier zu dienen und ich bin sehr gerne bei euch und freue mich, euch mit dem Wort zu dienen. Ja, das sind so ein paar Worte zu mir und schon kommen wir dann zu unserem Thema. Wisst ihr, die Überschrift meiner Predigt ist zunächst nicht ganz eindeutig. Es ist bewusst so und im Laufe der Predigt werden wir immer mehr und immer mehr verstehen, nachvollziehen, worum es geht. Ich blende die mal ein. So, das ist sozusagen die Überschrift. Gott will, dass der Mensch und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, was will Gott, dass der Mensch? Damit wir nicht lange unseren Kopf zerbrechen, möchte ich sofort auch mit einem Bibeltext beginnen, wo das mehr oder weniger aufgelöst wird. Wer die Bibel mit hat, kann natürlich mitverfolgen, mitlesen. Wir lesen aus 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 3 und 4. 1. Timotheus 2. So, ich lese aus Elberfelder Übersetzung. Da steht folgendes. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen glücklich werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Okay. Ich sehe so ein bisschen, manche Augen, was ist denn los? Ist irgendwas? Hat jemand irgendwas gemerkt bei diesem Text? Keine gute Übersetzung. Glücklich. Wunderschön, dass ihr mitgeverfolgt habt. Genau das ist es. Da steht nicht, dass alle Menschen glücklich werden, sondern da steht, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wisst ihr, das Problem ist, dass zumindest in so manchen Gemeinden, bei manchen Christen, manche Christen so tatsächlich so glauben, so leben und so denken, dass es Gott, dass Gott als ob gar nichts anderes tut, als nur dafür zu sorgen, uns glücklich zu machen. Und es ist leider so, dass es immer wieder vorkommt, dass man auf diesen Gedanken gut trifft, dass die Menschen sagen, ja, Gott will, dass du glücklich bist. Vielleicht hast du sogar selbst das mal gesagt oder zumindest gehört. Gott will ja nur, dass du glücklich bist. Und wisst ihr, es ist ja eigentlich so, wir haben es ja sogar in der Kindergeschichte gehört, natürlich sind wir glücklich, wenn wir uns bekehren, ja. Ja, wie Zacchaeus. Natürlich war er froh, natürlich war er glücklich, aber die Welt versteht unter Glück noch was ganz anderes. Die Welt versteht nicht diese Freude, wenn man in Christus gerettet wird, ja. Die Welt versteht da was ganz anderes. Also, interessant ist, dass diesen Gedanken, dass es Gott darum geht, Hauptsache Menschen glücklich zu machen, den werden wir in der Bibel so nicht finden. Also so eine Aussage erstens gibt es nicht. Wir werden nicht mal diesen Gedanken finden, dass Gott in erster Linie möchte uns glücklich machen, hier auf Erden schon. Es gibt Verheißung, wenn wir bei ihm sind, ach, das wird was ganz Tolles. Aber wir werden es nicht in der Schrift finden, dass es Gott hauptsächlich darum geht, uns hier nach der Bekehrung glücklich alle zu machen. Einer oder der andere könnte sich vielleicht fragen, wie jetzt? Will denn Gott, dass wir unglücklich sind? Will Gott das? Diese Gegenfrage kann natürlich schnell kommen, aber sie ist genauso falsch, wie die Aussage, dass es Gott Hauptsache darum geht, uns glücklich zu machen. Also, weder geht es Gott darum, uns glücklich zu machen, noch geht es Gott darum, uns irgendwie unglücklich zu machen. Beides stimmt nicht. Diese Frage, will Gott uns nun mal glücklich machen oder nicht? Diese Frage ist falsch. Das ist eine falsche Fragestellung. Und vielleicht wirst du da und hier irgendwann mal diese Frage auch hören. Nicht selten fragen uns das die Menschen aus der Welt. Und manchmal fragen wir uns, also manchmal fragen sich die Christen diese Frage, stellen sich die Frage auch. Aber wie gesagt, das ist eine falsche Fragestellung. Warum es so ist, versuche ich mit einem Beispiel zu erklären. Nehmen wir mal an, ihr wisst nicht, was die Ärzte und die Krankenschwestern in den Krankenhäusern mit den Patienten vorhaben. Nehmen wir mal das so an, ja. Ihr wisst alle nicht, was ist denn da, was passiert da in den Krankenhäusern mit den Patienten und was haben die Ärzte so vor. Ihr wisst nur, die Kranken werden zum Krankenhaus gebracht, da werden die in Empfang genommen und verschwinden im Gebäude. Keine Ahnung, was da gemacht wird. Und jetzt komme ich und möchte euch erklären, möchte euch verraten, was da alles gemacht wird und was die Ärzte mit Patienten machen. Was sie mit ihnen vorhaben. Und zwar, das Ziel der Ärzte mit den Patienten ist, dass der Patient an Gewicht zunimmt. Sie wollen ihn einfach dicker machen. Die Ärzte wollen die Patienten einfach dicker machen, dass sie einfach mehr Gewicht haben nachher. Denn wisst ihr, sobald der Patient da abgeliefert wird sozusagen, sobald er da reinkommt, bekommt er sofort ein Bett und in diesem Bett darf er von morgens bis abends liegen. Einfach nur liegen. Er braucht nichts tun, nicht arbeiten, nichts. Alles wird ihm abgenommen. Er liegt nur da. Er braucht nicht irgendwie aufräumen, sauber machen, nichts braucht er machen. Das kann ich euch bestätigen. Das ist wirklich so im Krankenhaus. Sogar das Essen wird zu Bett gebracht. Nicht mal das braucht er. Er braucht nur bestellen, was er morgens, mittags und abends essen möchte. Und es wird geliefert. Alles ist so eingerichtet, damit der Patient zunimmt. Verstehe, ich habe sogar ein Beweisfoto. Hier, haben wir es. Das ist nicht gestellt, das ist wirklich aus einem Krankenhaus. Da sehen wir das. Was habe ich gesagt? Ist doch so. Alles wird darauf, alles wird so gemacht, damit der Patient eben an Gewicht zunimmt. Ja, also ich würde mal so sagen. Nehmen wir mal an, ihr habt es mir geglaubt. Wir nehmen mal an, ihr habt tatsächlich davor nicht gewusst und jetzt denkt ihr, hm, stimmt. Also viele kenne ich, die aus dem Krankenhaus kommen und ein paar Kilos haben die wirklich drauf. Mensch, das muss wohl so stimmen. Also angenommen, ihr habt das geglaubt und ihr denkt so weiter, seid überzeugt, dass es so ist. Überzeugt euch immer mehr. Eines Tages begegnet euch ein Stationsarzt, also ein Arzt aus dem Krankenhaus. Und im Gespräch mit euch beginnt er zu verstehen, also erfährt er, wie ihr über seine Arbeit denkt. Was ihr so alles über diese ganze Geschichte im Krankenhaus so denkt. Er beginnt natürlich euch zu widersprechen und sagt, nein, also unser Ziel ist es nicht, den Patienten irgendwie gewichtiger zu machen. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Ich weiß gar nicht, woher du das hast. Wir haben nicht vor, dass die Patienten nachher viel mehr wiegen als davor. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Und ihr antwortet dann, Moment mal, willst du etwas sagen, dass ihr wollt, dass der Patient abnimmt? Willst du das mir sagen? Also antworte jetzt bitte mir, ohne auszuweichen. Wollt ihr, dass er zunimmt oder wollt ihr, dass er abnimmt? Und dann steht dieser Arzt und sagt, also er kann ja keine vernünftige Antwort geben, ja. Wenn wir nur auf diese zwei Fragen antworten sollen. Wenn ihr auf diese zwei Antworten, wenn ihr auf diese zwei Fragen antworten sollen. Ja, hier merken wir, dass die Fragestellung falsch ist. Die Frage ist falsch aufgestellt. Warum ist die Frage falsch? Weil wir schon mit der Frage die Möglichkeit zu antworten so sehr eingeschränkt haben, dass es keine richtige Antwort mehr möglich ist, sozusagen. Dieser Arzt könnte höchstens sagen, auf diese zwei Fragen habe ich keine Antwort. Ich werde da nicht antworten. Weil egal, welche Antwort ich gebe, die ist falsch. Wir haben nichts mit dieser Gewichtszunahme oder Abnahme zu tun. Das ist überhaupt nicht in unserem Fokus. Also solche Fragen können wir stellen oder gibt es, aber das sind falsch gestellte Fragen. Also wenn wir diese Fragen, diese zwei Fragen an diesem Arzt stellen. Worum dreht sich das Ganze? Was würdet ihr sagen? Um welchen Thema dreht es sich da? Essen, genau, Gewicht, Kilos, also darum geht es. Herr Faulenzen, ja, nebenbei natürlich auch, klar. Und wir unterstellen, mit dieser Frage unterstellen wir den Ärzten, dass ihr Fokus bei der Behandlung des Patienten nur auf sein Gewicht liegt. Ja, mit diesen Fragen unterstellen wir es den Ärzten. Also wir nehmen an, ihnen geht es nur darum, um auf das Gewicht des Patienten zu achten. Aber das ist so nicht. Und wenn wir tatsächlich wollen würden, also genau zu erfahren, genau erfahren, worum geht es diesen Ärzten denn? Was wollen sie denn mit Patienten? Dann müssen wir eine ganz andere Frage stellen. Nämlich, wir müssen dann zum Beispiel so eine Frage stellen. Kannst du mir bitte erklären, worum geht es euch, wenn ihr die Patienten behandelt? Ja, und dann kann er das ganz gut, ganz normal erklären. Oder was ist euer Hauptziel mit dem Patienten? Das sind so richtige Fragen. Wenn wir diese Fragen stellen, könnten wir dann von diesem Arzt zum Beispiel so eine Antwort hören. Ja, unser Ziel ist es, dass der Kranke beschwerdenfrei und möglichst gesund wird. Ja, das stimmt dann mit der Tatsache überein. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt zusammen darüber mal ein bisschen nachdenken, kann es passieren, dass der Patient, wenn er ein bisschen zu Kräften kommt, wenn er schon mehr oder weniger gesund wird und nach drei, vier Wochen vielleicht oder ein paar Monaten sogar im Krankenhaus, dass er in diesem Prozess der Genesung ein paar Kilos zunimmt. Kann es passieren? Natürlich. Also ich habe es selbst erlebt. Nach ein paar Wochen hatte ich im Krankenhaus, hatte ich wirklich ein paar Kilo drauf. Natürlich kann es passieren. Ist das von den Ärzten so geplant und gewollt gewesen, dass er zunimmt? Nein. Aber das ist ein Nebeneffekt. Ein Nebeneffekt, dass man gesund wird und dass man natürlich weniger arbeitet, weniger Bewegung hat. Das ist so ein Nebeneffekt. Einer kann zunimmt. Aber das Wichtigste ist, dass der Mensch gesund bleibt. Ob er jetzt zunimmt oder abnimmt, das ist zweitrangig. Das ist nicht so wichtig. Das ist so eher, ja, wie gesagt, Nebeneffekt. Also ihr Lieben, zurück zu unserem Thema. Will Gott, dass wir glücklich sind oder will er das nicht? Das ist eine Frage, die ähnlich, wie ähnlich ist, wie die Frage, wollen jetzt Ärzte, dass wir zunehmen oder wollen die nicht? Oder wollen die, dass wir abnehmen? Es ist nicht das Thema. Es ist kein Hauptthema bei den Ärzten und genauso auch bei Gott ist es auch nicht Hauptthema Glück, sozusagen des Menschen. Wenn wir so fragen, will Gott uns glücklich machen oder nicht? Was denkt ihr, was unterstellen wir Gott? Oder welche Annahme haben wir dann? Was denken wir über Gott? Oder was stellen wir uns da so vor? Will er uns jetzt glücklich machen oder will er uns nicht glücklich machen? Ich helfe euch vielleicht ein bisschen. Bitte? Welcher Gott? Das ist auch eine gute Frage. Von welchem Gott sprechen wir jetzt? Ja, ja, stimmt. Aber wenn wir jetzt diesen Gott der Bibel nehmen, ja, und wenn wir diese Frage stellen, wisst ihr, dann unterstellen wir Gott, dass es ihm tatsächlich beinahe schon hauptsächlich darum geht, uns glücklich zu machen. Sein Hauptthema ist Glück, Glück, Glück. Und jetzt ist die Frage so, jetzt willst du uns glücklich machen oder willst du es nicht? Und diese Annahme, dass es als ob Gott nur darum geht, uns glücklich zu machen, die ist falsch. Die ist falsch. Die ist so, wie gesagt, in der Schrift nicht zu finden. Die richtige Frage wäre, Gott, was willst du mit uns machen? Oder was ist dein Hauptziel mit uns? Das ist die richtige Frage. Und auf diese Frage werden wir heute eine Antwort bekommen. Schauen wir mal, was Gott in seinem Wort zu uns, zu diesem Thema sagt, oder was er uns mitteilt. Wir beginnen mit dem Text, den wir ganz am Anfang schon gelesen haben, aus 1. Timotheus 2, Verse 3 und 4. Nur dieses Mal werde ich natürlich in richtiger Version lesen. Da steht geschrieben, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass der Mensch, da haben wir das, und sozusagen das erste Ziel, ich weiß nicht, ob es von hinten, ganz hinten zu sehen ist. Ist es euch da zu sehen? Schlecht wahrscheinlich, ne? Also Gott will, dass der Mensch, was wir jetzt gelesen haben, erstens gerettet wird und zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist sozusagen das Erste, was wir heute hier lesen und sehen. Oder der erste Schritt. Gott will also, dass der Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und wisst ihr, diese Rettung, diese Rettung, oder diese Wiedergeburt, wir sprechen ja auch von der Wiedergeburt, diese Wiedergeburt, die macht uns überhaupt erst fähig, Gottes Wahrheit zu erkennen. Wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht gerettet bist, du verstehst diese Wahrheiten gar nicht. Du begreifst sie einfach nicht, worum es da geht. Was will Gott? Und das ist also der erste Schritt. Gott gibt uns diese Wiedergeburt, damit wir seine Wahrheiten immer mehr erkennen und immer mehr verinnerlichen, immer mehr sie, ja, lieben werden. ein nicht-gläubiger Mensch, er versteht diese Wahrheiten gar nicht und er kann sie auch gar nicht lieben. Er ist nicht fähig, sie zu lieben. Aber weder die Rettung noch die Erkenntnis der Wahrheit ist Gottes Endziel mit uns. Da ist Gott mit uns noch nicht am Ende. Er fängt, kann man sagen, gerade erst an, nach der Bekehrung, nachdem wir uns bekehrt haben, zu ihm. Also nachdem wir von neuem geboren wurden, beginnt Gott seine Arbeit. Er befindet sich, seitdem wir wiedergeboren sind, befindet er sich in so einem Prozess. Er verfolgt ein wunderschönes Ziel mit uns, nämlich er verwandelt uns, Schritt für Schritt verwandelt er uns in das Bild Christi. Wie so ein, ja, so einen, ja, Töpfer. Ja, das ist auch ein schönes Bild aus der Schrift. Wie ein Töpfer nimmt diesen Ton und beginnt, ihn zu verformen und so zu gestalten, wie er sich das gedacht hat. Und genau dieser Prozess beginnt, nachdem wir zu Gott gekommen sind, und dieser Prozess dauert Leben lang. Zum Beispiel in Römer 8, 29 lesen wir davon, ja, dass Gott uns im Bild seines Sohnes verwandeln möchte. Wisst ihr, jeder von uns, Gott möchte, dass du Christus ähnlicher wirst, dass du wie sein Sohn wirst, immer mehr und immer mehr. Das ist das, was er mit dir vorhat, das ist das, was er möchte. Und dieser Prozess nennt sich in der Bibel Heiligung. Dieser Prozess, in dem wir Christus immer ähnlicher werden. In 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3, lesen wir folgendes. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Sehr klar ausgedrückt. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, also unsere Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Also, sagt Gott, ich möchte, dass ihr gerettet werdet, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, verstehen, verinnerlichen und erst dann beginnt dieser Prozess und ich verwandle euch in Jesu Bild. Ihr werdet Christus immer ähnlicher, wenn ihr euch nicht widersetzt. Aber auch da lässt er nicht locker. Auch da arbeitet er an uns. Und wisst ihr, an diesem Punkt möchte ich kurz stehen bleiben. An diesem, der Heiligung. In der Heiligung leben, in Christi Bild verwandelt werden, Christus immer ähnlicher werden, Christus nachfolgen. Das sind alles Begriffe oder alles Aussagen, die sehr ähnlich sind und sie beschreiben einen sehr wichtigen Prozess im Leben eines Gläubigen. eben nämlich diese Heiligung, diese Verwandlung. Und hier könnte man vielleicht denken, dass diejenigen, die Christus immer ähnlicher werden, das sind bestimmt die Leute, die glücklich sind. Das sind, ach, also das ist der Schlüssel, wie ich glücklich sein kann. Ich muss Christus ähnlicher werden. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also ich möchte ja glücklich werden und dann ist das wahrscheinlich der Schlüssel dazu. Und wie gesagt, mit glücklich meine ich, das, was die Welt unter Glück versteht. Und was versteht die Welt unter Glück? Naja, Reichtum, zum Beispiel, bitte? Karriere, ja, dass es gelingt. Gesundheit, natürlich auch, man ist dann gesund. Erfolg, ja, genau, Karriere haben wir schon gesagt. All das. Doch schauen wir mal, was Jesus selbst darüber sagt. Was er dazu sagt, zu den Menschen, die in diesem Prozess sich befinden. Christus nachfolgen, Christus ähnlicher werden. In Markus, Evangelium, in Kapitel 8, Vers 34, das lese ich mal vor euch. Da steht folgendes geschrieben, in Markus 8, 34. Da sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Oh. Sich selbst verleugnen. Also Kreuz auf sich nehmen. Also ich muss schon sagen, das hört sich nicht so angenehm an, oder? Von Glück und großer Freude ist hier nicht unbedingt die Rede, nicht wahr? Oder zum Beispiel sagt Jesus in Lukas 21, 17, lese ich auch euch vor. Er sagt in Lukas 21, 17, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namen willen. Das heißt, wer sich zu Jesus bekennt, wer ihn folgt, er wird gehasst werden. Ach, das sind aber keine sonderlich glücksversprechende Aussichten. Ja. Oder ist jemand glücklich, wenn er gehasst wird? Nein. Also, von diesem Glück, wovon die Welt so träumt, und manchmal vielleicht auch wir, ist hier nicht die Rede. Wir sehen, dass weder Glück noch ein angenehmes Leben einem Nachfolger Christi hier auf Erden versprochen wird. Natürlich kann hier wieder folgende Fragen auftauchen. Ja, Vitali, was denn nun? Willst du sagen, Gott will uns unglücklich machen? Willst du das uns heute erzählen hier? Versteht ihr? Wenn wir nur in diesen zwei Kategorien denken, entweder werden wir glücklich, Gott möchte uns glücklich machen, oder Gott will uns unglücklich machen. Also hier müssen wir zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Ja, dann werden wir immer so denken, ja, was ist denn jetzt? Will er jetzt unglücklich machen? Aber wir sollen uns von diesen zwei Kategorien verabschieden. Wer sagt uns überhaupt, dass wir nur in diesen zwei Kategorien denken sollen? Wer sagt das uns überhaupt? Nein, sollen wir nicht. Aber wisst ihr, das ist eben diese diese tückische Art und Weise, wie die Welt uns fragt, oder wie die Welt uns fragen kann. Kommt so, du bist gerade im Leiden. Wir haben heute ein Zeugnis gehört, ja, eine gläubige Mutter leidet, weil ihre Tochter, also ich kenne da nicht sehr viel, aber so wie ich es verstanden habe, mit Alkoholproblemen hat, ja. und dann kann die Welt kommen und sagen, und was ist mit deinem Gott? Offensichtlich will er nicht, dass du glücklich bist, ja. Und sie versuchen uns da rein zu zwängen in dieses Denken. Glücklich oder nicht glücklich? Unglücklich? Also das ist sozusagen so die Gefahr, dass wir uns da vielleicht auch fangen lassen und anfangen zu denken und vielleicht Selbstzweifel bekommen. Ist Gott dann überhaupt gut irgendwie? Aber wir müssen uns erinnern, dass es falsche Fragestellung ist. Das ist nicht die Frage, die wir uns stellen sollen als Christen. Denn es geht Gott in erster Linie nicht um unser Glück oder um unser Unglück. Und wisst ihr, wenn es auch nicht leicht anzunehmen ist, aber es geht in erster Linie nicht um dich, sondern es geht um Gott. In dieser Schöpfung, in diesem ganzen Universum geht es nicht um den Menschen in erster Linie. In erster Linie geht es um Gott, um seinen Willen. Er steht im Mittelpunkt des ganzen Universums und der ganzen Schöpfung. Aber die Welt, die denkt anders, ihr Lieben. Die Welt, die denkt anders. Die Welt denkt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Er hat das Sagen und er bestimmt, was gut und was schlecht ist. Und dieses Denken schwappt so langsam auch in die Gemeinde rein. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. In der Regel ist es auch nicht zu merken. Aber so langsam kommt es auch irgendwie in unser Denken, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. schon in der Antike, also 400 Jahre vor Christus, haben die Philosophen versucht, so eine Ideologie zu definieren. So eine Ideologie, wir kennen sie heute unter Humanismus. Humanismus, das heißt, im Mittelpunkt steht der Mensch. Alles dreht sich um den Menschen. Er muss glücklich sein. Er bestimmt, was gut und was schlecht ist. Und übrigens, Humanismus führt immer in die Sackgasse. Und heute sehen wir diese Auswüchse extrem. Der Mensch bestimmt, was gut und was schlecht ist. Das, was früher normal war, ist heute schon nicht mehr normal. Was früher nicht normal war, ist heute normal. Das ist gut so. Der Mensch bestimmt selbst, was moralisch gut ist und was moralisch verwerflich ist. Der Mensch meint, er hat das Recht, es zu tun. Und heute, wie gesagt, sehen wir dieses Durcheinander in der Welt ganz stark. Und natürlich, wie gesagt, die Gemeinden sind da nicht ausgeschlossen. Sie versucht sich zu wehren, aber wird eben bedrängt und es schwappt so ein bisschen rein. Und wenn es passiert, dass dieses Denken, dieses menschzentriertes Denken so in die Gemeinde langsam reinkommt, dann passiert Folgendes. Dann wird Gott so langsam in den Hintergrund gedrängt, wirklich langsam. Wir merken das nicht, aber Schritt für Schritt wird Gott so im Hintergrund so vorsichtig von ihrem Thron geschoben, von seinem Thron geschoben. Und dann wird der Mensch draufgesetzt. Und dann wiederum ist das so, dass der Mensch auch irgendwo im Mittelpunkt steht. Dann hört man zunehmend in den Predigten, wie wichtig und wertvoll der Mensch ist und immer weniger, wie wichtig und wertvoll der Herr ist. Dann hört man oder wird sehen und hören, wie mit Begeisterung darüber geredet wird, wie gut der Mensch ist und immer weniger, wie gut der Herr ist. Der Mensch wird irgendwie immer mehr so fast schon verherrlicht. So richtig wird ihm immer mehr über Menschen gesprochen. Es wird kaum darüber gesprochen oder gelehrt, wie Gott ist, also über sein Wesen, über seine Eigenschaften, über seine Charakterzüge. Es wird viel mehr darüber gesprochen, was Gott uns alles gibt. Es wird über Gaben Gottes viel mehr gesprochen. Denn es ist ja nur dann ein guter Gott, wenn er uns beschenkt, wenn er uns gute Gaben gibt. Und deswegen wird so viel gesagt, was er uns alles Schönes und Gutes gibt. Und die Gabe wird immer mehr geschätzt als der Geber selbst. Und dann Wohlstandsevangelium und Kuschelchristentum sind dann die Früchte von diesem Denken. Die Christen werden leidens scheu, also die scheuen sich vom Leid, also wenn irgendwo Leid kommt, ganz schnell irgendwie dieses Leid von sich stoßen. Sie sind nicht wirklich bereit, ja, um Jesu Namen gehasst zu werden, sozusagen, verfolgt zu werden. Wer so wird, wer so auch denkt, er hat irgendwann mal diese Lüge geglaubt, dass Gott es hauptsächlich darum geht, uns glücklich zu machen. Und in der heutigen Zeit ist das dringend notwendig zu betonen, dass unser Gott im Zentrum steht. Nicht der Mensch, Gott steht im Zentrum. Im Zentrum der sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung. Denn das ist die Lehre der Bibel. Er ist der Herr. Er hat das Sagen und er definiert, was richtig und was falsch ist. Er sagt, was gut und was böse ist. Nicht der Mensch. Und er hat auch das absolute Recht, unsere Bestimmung zu definieren. Gott will also uns retten und seine Wahrheit erkennen lassen, uns im Bild seines Sohnes verwandeln, damit, und hier kommen wir, dem Endziel Gottes mit uns immer näher. Wenn wir Christus immer ähnlicher werden, wisst ihr, was dann passiert? Wenn du Jesus Christus immer ähnlicher wirst, dann wirst du immer mehr gute Frucht bringen. Das geht nicht anders. Man kann das so vielleicht sagen, okay, bringe ich gute Frucht? Wenn ja, dann werde ich Christus ähnlicher, immer ähnlicher. Oder auch andersrum. wenn ich Christus immer ähnlicher werde, wie gesagt, dann werde ich auch gute Frucht bringen. Schaut mal, so beschreibt Jesus es in Johannes Evangelium, Kapitel 15. Da spricht er ja gerade von Frucht bringen, nicht wahr? In Johannes 15, Kapitel 15, Vers 5. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier spricht er davon. Oder einige Verse weiter, im 16. Vers, so ein bisschen weiter, haben wir da Folgendes, Jesus sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dieses Wort ganz wichtig, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Also unsere Bestimmung ist, Frucht zu bringen, das ist das, was Gott möchte. Jesus sagt selbst, er möchte, dass wir Frucht bringen. Unsere Bestimmung ist das, Frucht zu bringen. Ein Endziel Gottes. Also Bestimmung ist, Frucht zu bringen, doch wisst ihr, auch unsere Frucht ist nicht das Endziel Gottes. Es ist nicht so, wir haben jetzt eine Frucht gebracht und jetzt hängt sie da. Und wir fragen uns, ja und und jetzt? Naja, ich habe sie halt gebracht. Oder sie liegt da und man weiß nicht was mit dieser Frucht anzufangen und und Gott sagt auch, naja, ist halt so gedacht. So ist das nicht. Er hat uns auch verraten, wozu diese Frucht sein soll. Was ist mit ihr? Genau dort, wo wir jetzt aufgeschlagen haben, in Johannes 15, im Vers 8, sagt Jesus, verrät er uns, wozu das überhaupt gut ist, Frucht zu bringen. Da sagt Jesus, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das wunderschöne Ziel, das wunderschöne Ziel, das Gott mit uns hier noch auf Erden hat, dass wir ihn verherrlichen durch unser Leben, das Jesus Christus widerspiegelt. So, ihr Lieben, jetzt sind wir am Ziel. Gottes Verherrlichung ist unsere letzte Bestimmung und das Hauptziel Gottes mit uns. Also, nicht Gott ist dazu da, um uns zu verherrlichen und zu dienen, sondern wir sind dazu da, um Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen. Das ist unsere Bestimmung. Und wollen wir nochmal vielleicht uns vor Augen das Ganze hier halten. Also, Gott will, dass der Mensch gerettet wird und dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Er will den Menschen in Christi Bild verwandeln, damit der Mensch zunehmend gute Frucht bringt, wodurch er sich verherrlichen wird. Und wisst ihr, wer diese Bestimmung erfüllt, wer das erfüllt, der ist erfüllt. Der ist dann auch erfüllt. Der braucht auch nichts mehr. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sagen, ach, weißt du, ich glaube an Gott, ich bin gerettet und mehr will ich nichts wissen. Ich lebe so, wie ich will, lass mich in Ruhe, ich bin gerettet, ich glaube an Gott. Alles andere interessiert mich nicht viel oder wenig. Und sie versuchen dann ihr Glück und den Lebenssinn in allen möglichen Dingen zu finden. Sie versuchen sich auf Erden hier so einzurichten, dass es bequem ist, dass es angenehm ist. Wie gesagt, bloß kein Leid erfahren. Und wenn sie irgendwo hören, jemand leidet, bloß nicht zuhören, dann fühle ich mich schlecht. Man meidet Menschen, bei denen es vielleicht Schwierigkeiten gibt. Also für mich ist es überhaupt so ein Zeugnis, was hier in diesem Haus entsteht oder passiert immer wieder. Und manchmal höre ich das von den Ungläubigen, was da mit Drogenabhängigen beziehungsweise diese Reha-Center und diese alle Einrichtungen, die dann mit diesen Menschen zu tun haben. Ja, warum machen sie das überhaupt? Wenn sie nicht bezahlt werden mit 20.000 monatlich, wieso machen die das überhaupt? Aber das ist eben das. Wer Christus in sich hat, er hat auch diese Liebe zu dem Nächsten. Und ja, das ist eben diese gute Frucht, die dann kommt. Ohne Christus gibt es hier so was gar nicht. Das ist ja auch ganz klar. Ohne seine Liebe. Und ja, einige Leute sagen, nee, also ich möchte mich hier bequem einrichten. Doch wisst ihr, diese Menschen, die versuchen, an Gott zwar zu glauben, aber ihr eigenes Paradies hier auf Erden einzurichten, sie scheitern. scheitern. Und Gott lässt es auch nicht zu, dass sie ihr Paradies hier auf Erden aufbauen können. Denn es ist hier weder versprochen, noch von Gott gewollt. Hier haben wir eine andere Bestimmung, wie gesagt, Gott zu verherrlichen, indem wir gute Frucht bringen. Nun können wir es zusammenfassen. Gottes Hauptziel in Bezug auf den Menschen ist, sich durch ihn zu verherrlichen. Gott will, dass der Mensch ihn verherrlicht. Das ist sein Wille. Denn das ist unsere Bestimmung. Und das Faszinierende dabei ist, dass wenn der Mensch nach den Willen Gottes lebt, also dieser Bestimmung nachkommt und eben Gott verherrlicht, so hat er ein erfülltes Leben. Dieser Mensch. Das hat er. Er hat ein sinnvolles Leben. Und er lebt zufrieden. Auch dann, wenn er leidet. Auch dann, wenn er Schmerzen erfährt. Und nicht selten habe ich selbst schon diese Menschen erlebt, die so ein Leid erleben, dass man sich kaum vorstellen kann. Aber sie strahlen eine Ruhe aus. Eine gewisse Zufriedenheit aus, weil sie in Christus glückselig sind. Das ist so eine widersprüchliche Wahrheit. Und wiederum, die Welt, die versteht sowas gar nicht. Sie kann das gar nicht begreifen. Wie kann man hier, dein Kind ist gestorben. Du bist zwar traurig, aber du sagst, dass du zufrieden und glücklichen Gott bist. Wie geht das? Die verstehen das einfach nicht. Aber das ist eben das, was auch nur den Kindern Gottes zugänglich ist. Das ist das, was wir als Kinder Gottes erleben können. Und diese Wahrheit hat ein bekannter christlicher Autor Lorenz Crubb zusammengefasst und zwar so, er sagte, das Ziel, glücklich werden zu wollen, ist immer trügerisch. Sie ist immer trügerisch, dieses Ziel, wir werden es nie erreichen, wenn wir nur dieses Ziel verfolgen, ist immer trügerisch. Ganz gleich, mit welchen Mitteln ich es zu erreichen suche. Doch das Nebenprodukt, glücklich zu sein, steht all denen zur Verfügung, deren Ziel es ist, in jedem Augenblick gottwohl gefährlich zu leben. Mit anderen Worten, wenn ich mich nur darauf ausrichte, Glück zu suchen und es erreichen wollen, dann werde ich es nie bekommen. Ich werde lebenlang auf dem Weg unterwegs sein und nie glücklich werden. Wenn ich mich aber darauf ausrichte, vor Gott zu leben, so zu leben, wie es Gott gefällt, dann haben wir wie so ein Nebenprodukt, zack, plötzlich ist da so diese Glückseligkeit da. Wie erleben sie, obwohl wir sie nicht so richtig angestrebt haben. Wir haben Gott angestrebt und bekommen Glück, sozusagen, Glückseligkeit. Das will diese Aussage nochmal betonen. Noch prägnanter hat es ein Autor, ein christlicher Autor und ein Prediger, John Piper, wahrscheinlich kennt einige ihn, kennen einige ihn, hat ausgedrückt und zwar hat gesagt, Gott wird in uns dann am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm am meisten befriedigt sind. Das heißt, wenn ich wirklich sage, es gibt nichts Schöneres, als in Gott zu ruhen, als mit ihm eine enge Beziehung zu haben, als dann eine Beziehung zu haben, wo dazwischen keine Sünde, keine irgendwas, was dazwischen kommt, wenn ich das habe, das ist das Schönste, was ich je erlebt habe auf Erden, ist dir, dann verherrlicht sich Gott in uns am meisten. Weil dann, erst dann sagen wir diese absolute Wahrheit, Gott ist unser Glück. Glück. Wie ich schon gesagt habe, viele Christen wollen diese Glückseligkeit, diesen Genuss, diese Freude, ohne Christus nachzufolgen, ohne Kreuz auf sich zu nehmen, ohne zu leiden, all das wollen sie nicht, sie wollen nur diese Glückseligkeit, ich würde so gerne so glücklich sein, wie du im Gott, aber das, was du erlitten hast, das will ich sind enttäuscht, weil sie sagen, oder weil sie gedacht haben, oh, wenn ich an Gott glaube, wenn ich ihm folge, dann wird alles gut, aber wie ich schon gesagt habe, das hat Gott nie versprochen, und ich schließe jetzt mit diesen, sozusagen, ich runde das jetzt so ab, genauso wie wir es im Beispiel mit den Ärzten und Patienten am Anfang, im Krankenhaus, gesehen haben, wisst ihr, den guten Ärzten geht es darum, also hauptsächlich geht es ihnen darum, die Gesundheit des Patienten, ja, um die Gesundheit des Patienten, darum geht es den Ärzten, sie sorgen sich um die Gesundheit des Patienten, es kann jedoch als Nebeneffekt der Behandlung dazu kommen, dass der Patient ein paar Kilo zunimmt oder auch abnimmt, auch das passiert, das ist ein Nebeneffekt, kann zunehmen, kann abnehmen, so ist es auch bei Gott, sein Hauptziel mit uns ist, dass wir durch unser Leben ihn verherrlichen, das Nebeneffekt kann es dazu kommen, dass wir richtig glückliche Phasen erleben, Freude, dass wir eine Wunder Genesung erleben, einer wird gesund, wie ein Wunder, das können wir als Nebeneffekt bekommen, ja, aber genauso können wir als Nebeneffekt Leid und Schmerz erfahren, wenn wir Gott treu bleiben, wenn wir Christus nachfolgen, dann können wir Spott erfahren von der Welt, das ist klar, wir können krank werden, und wenn wir dann immer noch in diesem Leid immer noch sagen, Gott, aber du bist gut, es verändert sich nicht, auch wenn ich jetzt krank geworden bin, es verändert sich doch an dir nichts, du bleibst gut, wenn wir weiterhin in unserem Leid an Gott festhalten und ihn als guten Gott uns selbst predigen und auch den anderen Zeugnis geben, dann verherrlichen wir Christus, dann verherrlichen wir Gott, dann ist es eine gute Frucht. Und abschließend möchte ich mit diesem Psalm, Psalm 16 Vers 2, da sagt der Psalmist wunderschöne Worte, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Ich kann nichts anderes sagen als Amen. Amen, so ist das. Ja, ihr Lieben, dann lasst uns aufstehen zum Gebet und ich schließe dann, wer beten möchte.